Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich bin euer Shadow Mask und ich euer Gerudo. Servus. So. Wir haben jetzt glaube ich langsam dem Ende von meiner Brutmaschine. Brut. Bruttos. Was? Boah. Was du willst Einlauf haben? Ne. Wo waren wir noch beim Thema FSK 18? Ja. Machen wir gleich weiter. Genau. Ne, FSK 21 war das letzte Mal. Ich hasse es. So. Da ich vorhin gesagt habe, wir brauchen Holz, gehe ich jetzt mal auf Holzwanderung. Es ist ja schon wieder Tag. Wir haben schon wieder Mittag. Genau. Mhm. Du wolltest Sand holen oder? Äh. Ja. Und ähm. Wie, äh. Aus was wollen wir denn den, den Signalturm dann bauen? Aus Holz oder aus Stein? Äh. Steinziegel. 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 Okay. Und das Dach wird aus roter Wolle, würde ich sagen. Das wird aus Redstone-Lampen. Oh Gott. Ich muss aber noch gucken wie ich das zum Laufen kriege. Aber ich will das nur auf Redstone-Lampen machen. Das wird dann aus, dass du Redstone klapp. Nee, das wird zu gut vorzunehmen. Äh. Jo. Ähm. Gut. Ich hole jetzt Sand. Willst du deinen Turm viereckig bauen oder willst du den rund machen? Ähm. Vielleicht rund. Dann sagst du mir Bescheid. Weißt du wie man, ähm, rund macht aus Vierecken? Ja. Ja. Richtig rund, dass es auch nachher richtig rund ist. Ja, du meinst mit Stufen. Ja, so dass er halt nachher aussieht, wie als wäre es rund. Ja, mit den Stufen halt dann. Richtig? Nein, so dass es nachher aussieht, wie ein Kreis. Du kannst ja mit Vierecken keinen Kreis machen, kein richtiger. Ja, aber dazwischen, zwischen den Vierecken halt mit Stufen halt. Nein, das meinst du nicht. Du meinst halt einfach, dass du dann, äh, richtig, äh, einen richtigen Kreis ziehst halt. Der halt angepasst ist, dass er halt so ist. Nö. Ja, warte, ich kann's dir, ich kann's dir oben zeigen, wie ich das meinte. Warte. Ja, zieh mal irgendwo ein aus der Erde und dann kann ich dir nämlich, äh... Ne, ich hätte jetzt auch Steinziegeln, hab ich jetzt grad mitgenommen mit denen. Ja, komm ich kurz zu dir und dann zeichne dir, ob's richtig ist oder nicht. Ja, ich mach jetzt mal da groß, wo das Feld, wo du hier das Feld hast. Mal da. So, ein Messertank. So, jetzt so eine Kleinversion. Ähm, Moment. Ist da oben, oder? Ja, ja, warte, ich muss hier grad das umpacken. Na. Na. Ah, das wollt' nicht. Äh. Hä, wie setzt ich denn das jetzt schief ran? Hä? Hab ich doch mal gemacht. Aber ich glaub nur oberhalb. Ui. Ui. Da hättest du mal richtig auch schon fünfmal vorbeigelaufen. Alter. Mhm. Okay, das will nicht so wie ich will. War es dein Kreisziehen, oder was? Ja, ich wollt' diese scheiß Stufe legen. Ja, ich glaub nicht, dass ich auf der Playstation-Version geht. Scheiße. Stufen, äh, verkehrt hinsetzen, oder so. Auf dem Boden, oder wie? Ja. Nee, ich glaub nicht. Nee, dann sag mal, wie du das machen wolltest. Wo bist denn du? Hier. Vorm Haus. Wo ist hier? An uns am Haus? Ja. So, ich dachte, du bist gleich auf dem Berg oben. Nein, noch nicht. Ach, ich seh dich da hinten. Dann muss ich wieder runter. Musst du wohl. Ich seh dich. Du hast ja gesagt, du willst einen Kreis bauen, oder? Ja, so'n... Ja, so'n runden Turm halt, so. Soll's schon klein werden, oder wie groß willst du denn da bauen? Ja, soll's schon groß werden, aber das ist jetzt nur Kleinformat. Ja. Mach mal spaßeshalber in der Größe, wie er nachher sein soll. Hm, spaßeshalber in der Größe, wie er... Ja. Ich hab schon genug Dinger eigentlich, aber... Ähm... ... ... ... ... ... nicht hin in etwa ja ja jetzt machst du alles wieder weg super boah ist ja voll rund ich wollte es mit stufen machen da wäre es fast rund gewesen in der methode kann ich das auch machen ja ich weiß hier und da voll der trick danke micha den habe ich noch nie gesehen klugscheißer leute micha ist so ein klugscheißer oh guck mal das ist ja voll rund hat bloß alle überall tausend ecken aber jetzt rund ja ich wollte ja auch wie gesagt die stufen da so schräg hinlegen aber es geht ja hier nicht dann wäre es auf jeden fall perfekter gewesen achso ich apropos perfekt ich wollte auch noch was bauen wir haben ja eine küche was fehlt in unserer küche springborn springborn du bist auch so ein depp wie soll man hier eine tür nach draußen noch ok theoretisch sollte eigentlich auch in dem teil verspornen aber ich weiß nicht ob das das macht normal schon das ist ja dunkel ach sag bloß micha ich muss mal umbauen deine küche ich muss da was bauen das muss weg das muss weg das muss weg die mauer muss weg dann muss schon ein bisschen warten bis es fertig ist so was ist da drinnen da war grün zeug geht das kann man umlagern ich tue es mal umlagern ja ja leute ihr könnt auf jeden fall mal zu gucken was ich hier basteln schönes ihr schaut nicht zu ich bin noch gar nicht fertig noch lange nicht dann ist ja gut kannst du nicht weg bleiben genau genau Ich habe immer noch mal gleichgeschmackt, ich wollte schon sagen, wir haben im Keller so viel Schwerter, können wir für den nächsten Krieg noch vorsorgen. Okay. Gut, das brauchen wir nicht mehr. Ich habe schon mal nicht über explodiert. Schon wieder zwei Ocelots? Nimm mit, nimm mit. Ja, ich habe keine Ahnung, aber dann. Ja und? Eigentlich sollten wir ja wirklich... Ne, wir können ja unsere Ocelots füttern hören. Los ist es schon ein Zombie oder so. Weil die spawnen jetzt alle neben deinem Bunker, weil es ja so dunkel ist. Weil es ist zu dunkel. Dann haben wir einen zweiten zum Spawner. Unter dem Spawner ist es zu dunkel, weil es sparen die unter dem Spawner. Ja, ich habe keinen Spawner gleich so. Also er funktioniert. Auf andere Weise. Ja, auf andere Weise, ja. Ich habe noch ein paar Dekoren. Ich muss ja nicht über das selbe Schaltung langlaufen. Ach, schsch. Ich sage mal, so der größte von dem Haus ist Schaltung. Okay. Weil wir brauchen die Dinge halt einfach Platz. Und da ich scheiße finde, wenn man über die Schaltungen zieht, ziehe ich jetzt einfach mal die Wände um die Schaltungen rum. Oder warum nicht? Meine Fresse, warum will das nicht? Das hier, wie ich das hier basteln will, hier. Das hier fix. Ich glaube, weil irgendwie sollten wir mal den Canyon da zumachen. Den Canyon? Ja, da draußen im Dschungel ist doch dieser Canyon. So. Ja. Ich sollte mit dem irgendwie zumachen. Viel Spaß. Ich werde dich nicht davon abholen. Oder zumindest einen Zaun langziehen. Ja, warum meine ich nicht? Mit Zaun? Ja. Mit Tor. Mit Tor. Dass man Leute rumspalten kann. Hey, guck mal. Hey, guck mal. Ja, besser. In dem Moment, wo man den Zaun öffnet, fällt die Brücke zusammen. Und Schuss in den Tod. Ja. Ne, so war das auch nicht gedacht hier. Glaubst du nicht so ganz? Doch, doch. Jetzt. Jetzt hast du eigentlich genau vor. Vielleicht kann man dir ja helfen. Nein. Kann man nochmal helfen. Kommt jede Hilfe zu spät, ne? Okay, ich hab eins zu viel. Da. Ah, verstehe. Ja. Du sollst nicht spannen gehen. Ich geh nicht. Ne, aber er hier spannend. Aber du weißt schon, was ich machen will, gell? Ja. Wo hast du denn du das Grünzeug hängeschmissen? Äh, da in die Kiste daneben. In welcher die? Ne. Ne, hier bei mir nebendran. Die da. Okay. Wieso spannst du? Du Spanner. Du Spanner. Oh Gott, sie fix. Ja, scheiß Dinge, soll das gescheit rangehen. Oh, ich hasse das. Oh. Oh, ihr seid geflogen. Ja, das ist einfach mal planen und 120 Apps runterladen. Das sind wir. Ihr seid aufs Spiel verlassen. Jetzt zu eben, ja. Ich hoffe, unsere Daten werden gespeichert. Ja, die Frage ist, welcher hat jetzt abkackt? Ich. Ich. Du bist aber noch da. Jetzt bin ich gerade rausgeflogen. Ich speichere kurz. Ja, aber du bist noch da. Das ist, also die Stimme hören wir noch bei dir. Ja, ich höre ich ja auch noch. Aber ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Okay. Beziehungsweise, ich habe mich gerade abgemeldet und bin noch im Spiel drin halt, aber nicht mehr die Online-Version sozusagen. Ja, aber speicherst du ja, es hör aber ab. Habe ich gerade gemacht und ich beende kurz so, dass ich mich wieder anmelden kann im PSN. Ja, ich bin jetzt vielleicht wieder drin. Ja, ich habe mich schon angemeldet wieder im PSN. Mich auch. Vielleicht braucht es nicht so viel laden, dass es so schnell raus und rein und wieder ist, weißt du, was ich? Ja. So. Er initiiert, er ladet. Also ich bin jetzt wieder drin. Also es ist cool, dass ich nicht im Scrap rausgeflogen bin. Aber es scheint zu funktionieren. Dann lad mich doch mal bitte rein. Ja, ich bin ja gleich drin. Er verladet noch. Macht noch Startbereich laden. Kriegst du gleich. Ich kann ja mal unseren Zuschauern zeigen. Wir haben hier das Zusammenspielen zwischen Berudo und mir. Hier ist meine eigene Welt. Und wir haben hier ein Let's-Show-Kreativ. In dem wir relativ viel auch ausprobieren. Ja. Auch gerade mit den Gärten zum Abernten. Habt Einladung. Ja, komm gleich rein. Weil sie im Kreativ-Monus einfach besser testen lässt, weil es A schon da geht und B man das Zeug alles weg hat. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben hier einfach nur ein Kreativ, wo wir sagen, ja, schauen wir mal, was die Welt so drauf hat. So, wir können wieder beitreten, hast du gerade eben gesagt. Ja. Könnt ihr tun. Und einfach spiele ich. Ich bin dabei. Und rein ins Spiel. So. Das erinnert mich immer an Snake. Du weißt doch, wenn du den alten Handys, 3210 oder so mit Snake, die sind wirklich übertrieben, dass wir im Preis gehen. So, wir sind wieder im Spiel. Gut. Hallo und willkommen zurück. Ja. Hallo, hallo, hallochen. So, ähm. Gerudo, da wolltest du irgendwas sagen wegen Apps oder was? Ja, quasi ein Let's Play Apps oder Let's Test Apps. Hab ich mir auch mal belegt. Könnt ihr vielleicht auch mal reinschauen. Apps? Ja, für Smartphones, für Tablets. Ähm. Okay. Können wir jetzt auch mal nicht ganz uninteressant sein. Oh, ne Minikatte. Oh, ne Putsi. Das ist süß. Shadow, komm mal hier raus. Ich habe gerade zu tun. Ja, das ist wichtig. Komm mal raus hier. Oh. Das ist cool. Ja, warte. Na. Das liegt ganz doof. Toll. Mein Geist sprintet. Mit der Erde. Das zieht aus, wenn man ein Bode gleich fliegt. Ja. Was? Ja. Miau. Was guckst du so doof? Kann ich jetzt weiter machen? Ja, natürlich. Verdammte Scheiße. Ich werde hier voll aufgehalten hier mit meinem Bauwerk. Was wollen dich denn jetzt eigentlich schon? Halt mal, halt. Halt mal, halt. Zurück zur Diskussion. Allerdings. Wo war denn deine, 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 ähm, Slime-Sparmhöhle? Oben rechts. Hochwalf. Wo, oben rechts? Ja, oben rechts hat die Karte. Du versprenst. Ich weiß. So. Oh, irgendwas Spezielles? Nee. Vielleicht ein Schwert oder so. Ja, das hab ich eh dabei. Dann eigentlich nicht. Weil das Ding ist ausgeleuchtet, da können eigentlich nur Slimes spawnen, wenn man spawnen. Okay, ich schau mal, was ist denn hier los? Mach doch mal Platz da. Ich ging in der Tür. Ja, nicht nur du, ich auch. Alter! Was kannst du? Wo oben rechts? Äh, in einem grünen Gebiet. Mit dem? Das sind 7, die Kinder näher von dem Dorf. Bei 300 und... Ja, einmal 300 und einmal 30. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Vielleicht auch mit dem Minus. Ich schau mal. Ich hab dich so genau darauf geabredet. Hey, du bist noch da. Ich bin noch da, ja. Wir müssen ab und zu mal kontrollieren, ob du noch da bist. Wie sie es sonst abhaut. Dass das Sorge wieder abschmiert. Naja. Ich hab eigentlich noch... In der Welt ist mir noch überhaupt kein Enderman entgegengekommen. Soll ich dir schon mal auffallen? Ja, aber ich hab ja mit dem Enderaug. Ich hab mich schon mal getötet. Stimmt. Aber recht selten, oder? Ja, ich hab das Gefühl, dass die Gegner auf der PS3 allgemein relativ selten kommen. Also ich hab schon einige gesehen gehabt auf meiner Version. Bei uns auch. Aber allgemein Gegner, finde ich, kommen relativ selten. Also verhältnismäßig. Normalerweise kommen da alle paar Meter so, äh, dir einen Kriper oder sonst irgendwas entgegen. Aber bis jetzt auf der PS3 habe ich noch wirklich verhältnismäßig wenig Gegner gesehen. Das stimmt. Wo? Ja, irgendwo da. Machen wir die gerade auf. Da ist es. Im Haus drin oder runter? Ja, ins Haus, ja. Dann runter. Genau. Da war irgendwo ein Wolf gerade vor der Tür. Ja, der war schon mal da. Hast du da auch was zu fressen drin? Nein. Ja. Ja. Aber du hast sicherlich irgendwie... Oh, perfekt. Ich hab Holste neu. Das heißt, man kann sich ja kurz eine Schlitzsacke formen. Oder eine Dingensform. Hui. Tschüssi. Shit, ich darf nochmal umbauen. Okay. Ja, weil sonst müsste ich die Holzwand rausreißen. Wo? In der Küche. Ja, weil wir da Holzwand haben. Und die funktioniert da nicht so gut. Bei meiner Idee. Nee. Nicht so ganz, ne? Mhm. Falls wer es noch nicht gesehen hat, was ich hier machen will, schaut es sich an, wenn es fertig ist. Okay. Wenn. Jetzt zuzumachen. Ich hab mal ein paar Künziele als ich das... So. Hier mal ein Fältchen. Andere nicht unter das Kahn. Schön. So, da war ein ganz schöner Kabenzmann hier. So muss es sein, ne? Mhm. Vielleicht noch so viel Holz wie das Bier. So, wo geht's jetzt da rum? Da wahrscheinlich. Ah ja. Ja. Ja, da ging mir die Treppen aus. Das ist mal lustig. Ja, da ist eine gute. Spinning Spanner. Spinning Spanner. Ach und da ging mir dann die Treppen komplett aus. Ja. So, und da bin ich jetzt auf der Ebene, oder? Ja, und da ist... ne. Ja. Tja. Aber schöne Buddle-Aktion. Hat da drin, schön ausproben, Arsch. Die Frage... Kann ich stimmen? Ne. Die Frage, spawnen die bei Licht, oder nicht? Die spawnen auch bei Licht, ja. Normalerweise. Oh Mann. Ähm... Tja. Slime-Sinne muss ich auch nicht sagen. Hier gibt's jetzt nie... Egal auf welcher Plattform, gibt es Slimes. Ja. Außer an unserer Seite. Ja, das ist aber ruhig. Gibt's gut. Sagen wir mal, spontan zwei kurze Slimes. Wenn wir von Flut offen... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da... Ist da was. Das ist eine riesen Hürde. Und da hab ich gesagt. Nee, nicht mit einem Fallen in den Tag. Und nicht jetzt. Ich hab gar nicht mehr drauf. Boah. Da war ich schon mal rum. Ich hab nur dazu gemacht. Ach ist doch doof. Ich dachte, hier gibt's jetzt Slimes. Und... Hat doch nicht so ganz funktioniert wie wir wollten. Toll. Ja, du musst einfach mal das komplette Level untergraben. Dann passt das. Oder wie es heißt, nachts in den Dschungel mal rein... Ah ja, ne. Dschungel in... Sumpgebiet mal rein... Wackeln. Sumpgebiet haben wir ja vor unsere Tür. Aber trotzdem. Aber wir haben sich rüber geguckt. Wenn Vollmond ist, ne? Ja. Gibt's da so... Zeiten... Wechsel? Ja, zumindest scheint mal ab und zu mal wirklich so, als würde er nur auf Vollmond sein. Also sonst neunmond, ja. Ist unser... Shadow Mask eigentlich noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, du bist ganz halt so ruhig. Weswegen? Ich bin konzentriert am Arbeiten. Ja. Hehehe. Aber immerhin haben wir uns da oben eine Lücke. Ja. Vielleicht zumindest was zu essen und pflanzen können. Nein, 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 nein. Ja, das ist mein Leben als wie jetzt. Das ist ja gut. Das ist ein halbes Abschluss. Ja, das weiß ich. Klar, ne? Ja, ich kriegst du mir oder hab ich das kurz für uns gehört? Ja. Ich kriegst auch nicht wenig. Ja, schade ist bei uns. Super. Alles zusammengekehrt, ja. 3.000 Kühe in einem kleinen Stall, das ist echt geil. War doch wie wir aufdenken, ne? Ja, ja. Stimmt, da hat's Weizen. Die Menge. Ja, richtig. Genau, deswegen. Und vielleicht auch ein Schalter, oder? Ups. Vielleicht sollte man das Holz erst mal... Wo war'n das drauf? Wo war'n das drauf? Ja, ja. Ups. Diese braunen, grauen Flecke. So, Leute. Ihr könnt gucken kommen. Moment. Gucken kommen. Ich bin am anderen Enden der Karte. Ich komm' jetzt nicht gucken. Ja, ich komm gleich rüber. Sieht'n das, ja? Alter, hätt' ich jetzt Knochen dabei, hätte ich zwei Hunde... Nun jetzt mal Knochen mitten. Ja, bei mir funktioniert das eben auch schon schnell. Weißt ja. Kein Knochen und der Hund ist unser. Also. Da drohen mir der Karte auch nicht zu machen. Toll. Ich muss doch noch was kurz hinbasteln. Also wenn die Bude anfängt zu brutzeln, dann hab' ich was falsch gebaut. So, ich bin da. Hey, große Feuerstelle. Schick, oder? Mhm. Hart war's. Hast du ein netter Ziegel verwendet, oder? Ne, normale Ziegel. Wenn geht's Feuer, warum mein Auto? Steinziegel. Wenn du den Netherrack nimmst, dann brennt es verewigt. Ich mein' dein, dein Feuer da. Achso, ja, klar hab' ich, äh... Ah, okay. Sicher hab' ich den Netherrack genommen. Weil's halt ewig brennt. Ich guck mal oben, ob alles passt. Sieht aber gut aus. Ja. Ja, weil ich hab's vorher gemacht gehabt, ohne diese, äh, Schutzdinger bei mir mal oben. Also ohne diese Steinstufen da als Schütze. Und da hat's angefangen, die oberste Etage wegzubruzeln. Äh, ups. Ja. Obwohl ich da drüber Stein hatte, weißt? Okay. Hat's trotzdem nicht funktioniert. Also... Ist egal, da drüber, äh, da drüber ist direkt Micha's Truhe. Ja, genau. Hahaha. Das ist ja die Segenz. Das ist gut. Jo. Aber sieht gut aus, oder? Ja. Ist zwar ein bisschen groß, aber ich denk mal, es passt. Ja, sonst hätt' ich's mir in eine Wand reingebaut. Kann man vielleicht noch ein bisschen umbauen, dann. Aber es sieht ganz ordentlich aus, find' ich. Ja. Aber es sieht ganz ordentlich aus, find' ich. Ja. Ja. Und zudem können wir da auch ein bisschen Zeug entledigen, wenn wir was reinschmeißen wollen. Zum Beispiel, wenn Micha uns nervt, schmeißen wir ihn einfach mal in die Feuerstelle. Genau. Ja, jetzt würd' ich sagen, ich lagere mal ein bisschen wieder was. Und dann hole ich mal Sand. Der hat Hunger. Ach so. Ich hab' mir die Steinziegel mitgenommen aus dem Grund, weil ich ja den Ding bauen wollte. Wo ist er denn da wo? Äh, nein... ...böde? Daher voll drin. Wo ist denn das Wasser drin? Ich bin auf des Heimweges. Das Heimwege? Heimwege? Das Wege des Heims. Ja... Guck mal hier, das Sumpfgebiet. Vielleicht bin ich hier ein kleines Leib. Alter, man zieht uns da Boot schon. Geht gut? Ich bin da weg schon zu Hause. Guck dir wen einfach mal in die Halle, ja, ja, ja. Boom, ja. Super. Okay. Ja. Gut, ähm, was wollte ich? Achso, ja. Schaufel wollte ich. Was? Schon wieder? Sauerei. Ja gut, dann machen wir mal einen kurzen Cut. Und sehen uns gleich wieder. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Euer Shadomask. Ja, mich das nicht. Ciao.